auch ich will einmal in meinem leben irgendwie die borderland story durch haben das dürfte geht ja ganz fix und da wird jetzt schon besser als das was gerade war und das war irgendwie 20 ich meine erfahrungspunkte die wir bei den mission kriegen und die jetzt schon wieder gibt glaube ich 10.000 punkte soll ich dazu noch irgendwas sagen das ist eine waffe die schneller wird je länger ich schieße das ist eigentlich nicht schlecht wir werden eigentlich ist es ein typisches Minigann-Syndrom das ist die schneller werden ich liebe SMG von Mali was machen die wenn es die mit diesem Tränenmagazin die sind richtig ach stimmt ja ja das sind immer welche mit Feuer kann das sein ne gibt es alle von ja aber apropos Minigann die steht einer mit oh ja ich sehe es na komm na komm na komm ok vielleicht nicht wenn er draußen ist will ich mir nicht sehen hey KOKTA oh nein ach komm halten wir uns nicht an den gegnern auf die bringen uns eh kaum erfahrungen das denn was bist du gar nicht das ist immer rauder alter der schrot ist hier aber richtig häft Vielleicht können wir bei Claptop, wenn wir den gleich sehen, auch die Mission abgeben. Ich weiß, wenn die Quest vorbei ist. Wahrscheinlich. Ich werde jeden Quadratzentimeter dieses Berges ansprayen und dann ist das letztes, was ich tue. Level 19-Copter? Ist das peinlich, peinlich. Minuten dauern bis er dieses Graffiti abgewaschen hat. Minuten sag ich dir. Kommst du jetzt oder nicht? Oh, richtig. Du bist ja kein Hyperion-Roboter. Das vergesse ich manchmal. Wollen wir mal gegen mich? Weiß nicht, was noch passiert. Oh, man ist tot. Das passiert dann übrigens. Ach so, ja du auch. Gut dann. Oh, der war nicht so weit weg. Irgendwie bin ich gerade hier in dem Gebiet froh, dass ich so einen Korrosions-Assault habe. Ja, warum? Naja, hier sind die bei Roboter. So. Ist jetzt gerne eine. Ja. Das ist bestimmt irgendeine Korrosions-Assault, oder? Ja. Aus Not habe ich die Wolke noch. Ja, gut, die Wolke ist ja eh. Oh. Wenn ich getroffen hätte, ein Magazin und der Konstruktor wäre leer. Äh, also tot. Boah, ein Schuss, das Schild ist weg. Ein Shotgun. Oh, oh, hinter dir. Oh. Oh, das geht ja. Ich mag diese Assault-Wiffle jetzt schon. Na ja, Korrosion. Noch eine jetzt. Und halt mit 600 Schaden, ne? Null. Okay, das ist irgendwo, das ist irgendwo traurig, dass meine SMG mehr Schaden macht, aber egal. Hi. Das macht einfach mal nur ein Viertel meiner Gesundheit weg. Wenn ich direkt da drin stehe. Halt dich von den Zielkreisen färben. Lass dich nicht von den Mörs am Treffen färben. Boah, schrei nicht so rum, Kerl. Meine Kreise. Vielleicht solltest du die Geschütze an den Türmen zerstören, damit sie die Tür öffnen. Schraubf, schraubf, Miststücke, aufmachen! Ich mach phasen. So. Wo? Na gut, das kann mir nicht passieren. Ich habe ja eine 28, 28 bei Zahlen Prozent Chance den Tod zu ignorieren. Das ist quasi Quartel. Das ist quasi Quartel. Das ist quasi Quartel. Das ist fast von so einem Spawn-Ding getroffen. Ey, wieso benutze ich eine Feuerwaffe? Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil es die einfachste ist hier. Eigentlich können wir uns als Challenge mal hier nur mit Nahkampf durch. kämpfen, aber wahrscheinlich würden wir dann wieder zu oft sterben. Was war dann nochmal deine Ulti? Du kannst zwei Geschütze haben, ne? Deine Ulti ist richtig abgefahren. Das war immer noch das mit diesen, äh, dass die Elementen... Ne, war das das, dass die irgendwie alle Elementarschäden oder so macht? Bei Phasen, ja. Das ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Äh, also erstmal kriege ich, äh, davor noch, wenn ich jemanden töte, habe ich irgendwie so eine komische Aura, die macht dann die ganze Zeit Slack und Korrosionsschaden. Und wenn ich dann das letzte habe, dann kommt so eine, äh, wenn die Feinde geslackt, mit Korrosion und ich glaube auch noch Schock. Oh. 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 Und Sim, na? Nur so zur Info. Der Schaden, der der Badass-Konstruktor hat, ist ein Magazin von meiner ist heute gewesen. Ja, meiner auch noch dabei, ne? Okay. Ja, okay. Oh, 5000. Siehst du das manchmal, wenn ich so, wenn du bei mir so oben rechts siehst, dass meine Gesundheit so ganz unten ist? Ja. Und dann plötzlich wieder zur Hälfte voll. Ja. Das ist toll. Das ist toll. Ich weiß, ich habe keine Gesundheit. Ich bin die ganze Zeit schon bei 300. Oh, das ist ja hier. Ja, das lustige ist das, was ich gerade merke. Ich habe, ähm, dreimal so viel... Schade. Ähm, ähm, Gesundheit etwa wie... Schild. Du äh. Du äh. Da kommen wir jetzt nicht durch. Entschuldigung. Wir müssen uns alle töten. Ne, ich befürchte, das hatten wir doch schon mal bei diesem Level 30 Ding. Und dann diese Funk-Dinger, ne? Ich glaube, da könnte man Geschütz vielleicht gute Hilfe bringen. Das trifft du eigentlich recht gut. Mit E-Take triffst du keine Fliegedinger. Das ist... Denn Geschütz... Warte. Hast du das gerade gefaced? Ja. Dein Ernst? Der ist schon mal ein bisschen einfacher denn. Äh. Mh. Mh. Eins? Ist das wie X oder was? Mh. 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 ich denke, das schaffen wir nicht. Das werden wir nicht überleben. Weißt du, es wird gespawnt, das ist, was ich sehe, der hat keine mehr. Ich habe einen Token bekommen. Glaube ich zumindest. Glaub ich zumindest. Unsere, ne? Achso, ja okay. Zielen üben. Gehen wir beide zum Automaten rein. Den Bunker. Weißt du, wenn wir dann da drinnen sind? Sehen wir Hitlers? Nee. Weißt du, wenn wir dann den Kern runterfahren oder hochfahren, kommt dann das? Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger! Hm, das glaube ich auch. Wie ekelhaft, wenn diese Geschütze gebaut werden, sind sie unzerstörbar. Immer so schon. Zudem ist das eh glas. Da muss man erst warten. Was ist hier da oben los? Ach du, hier ist eigentlich gar nichts los. Ein paar XP-Loader, die uns hier angreifen. Sammler, schock für dich! Such nach dem Komtor mit einem weißen Signallicht! Ach, das war ein XP-Loader, oder? Ja. Wenn du einen von unseren tötest, ne? Probier es mal beim nächsten Mal aus, ob du dann auch wieder belebt wirst. Ja, das war ganz lustig, was zu wissen. Ja, das war ganz lustig, was zu wissen. Welchen Laserstell? Welchen Laserstell? Ich nicht. Ah, die, oh ja, die sind süß. Die sind schön warm. So, jetzt schieß mal einen von unseren ab. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Dieses Lab-Hilfskopter, irgendwo in der Luft. Und wenn ich Borderlands da mal durchgespielt habe, das Einzige, woran ich mich erinnern werde, ist, was für komische Geräusche diese Roboter machen. Und diese Laser her? Ich weiß nicht, aber was machen die? Die machen Schaden, aber nur ganz wenig. Ach so. Sehr gut, Slap! Sobald wir den Bunker knacken, kann ich nichts davon abhalten, dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Kämpf immer weiter! Ich weiß nicht, ich sehe sie gar nicht mehr. Ich glaube, dafür müssen wir den Bunker machen. Ja. Ach da. Ach! Ach! Der Kammerschlüssel ist da nicht drin. Äh, siehst du hier diese Waffe in der Luft? Zum Ringen, wenn du mir die Kids brauchst! Ach so, weil der gebaut wird. Nein! Diese Dinger sind so nervig, ne? Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Der Bum-Dim. Die Lyrics gerade. Hey, Level 28 jeweils. Ich habe ihn selbst entwarfen. Ich bin jetzt zu Ende gefallen und sterb. Ähm. Nein. Definitiv. Definitiv nein. Was ist denn? Ja, der Hinten. Oh. Ja, hm. Wieso man denn da hinkommt? Naja, das wollte ich auch voll. Ja. Ja. Ist das eine Moskana? Ich bin witzig. Ach, da vorne. Ja. Ja. Wobei selbst das wahrscheinlich echt gering wäre. Ja. Kannst du dir eigentlich mal demnächst irgendwas holen, mit dem du Gesundheit regulierst? Irgendwie ist das doch bestimmt möglich. Verstecken ist der Anfänger. Nein. Weißt du, ich balle einfach. Du brauchst so viel Helfer haben wie der. Ja, das wäre schön, ne? Toll. So kann man tun mehr dafür. Korrosion dürfte auch das Beste gegen den sein, oder? Ja. Eigentlich schon. So, ich habe jetzt das sechste Magazin auf den verballert. Ich nehme mal eine andere Waffe. Irgendwie eine Schrot. Ja. Nee. Okay. Dafür ist er zu weit weg. Dann nehme ich halt meine Freiber. Hey du. Hey du. Hey du. Hey du. Hey du. Hey du. Dreh dich um, wenn ich mit dir kämpfe. Der dreht sich nicht um, wenn ich mit ihm kämpfe. Der dreht sich nicht um, wenn ich mit ihm kämpfe. Das ist richtig unfreundlich von dem. Na, wir gehen schon so ein bisschen von dem. Ne, da hinten kann man den leider nicht treffen. Schade. Achtung, Maserkanaten. Der Muni mehr für meinen Assault River. Das ist so scheiße. Die Shotgun ist auch gleich leer. Ja. Was hast denn du dann für Muni Upgrades gemacht bisher? Wenn du so schnell leer bist? Gar nichts glaube ich. Wie viel Iridium hast du? Hä? Wie viel Iridium hast du etwa? Mission. Iridium. Äh, knapp 50 glaube ich. Damit kannst du ja zumindest für die wichtigsten Waffen gute Updates holen. Ja. Warte mal, warte mal. Schau, das wäre witzig gewesen. Und wie hätte sie warten, Jap! kann ich mehrfachen Schaden gleichzeitig machen. Jetzt schieß mal auf eines von unseren Dingern. Siehst du mal? In der Luft? Nein, die treffst du glaube ich nicht im Wiederbeleben. Und das ist ja okay. Welche Masse-Waffe? Hier oben rausguckt. Achso die, na gut, ich dachte jetzt irgendwas Schlimmes. Sicher mal, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Er ist schon wieder weg. Da hinten ist er. Kommt. Oh ja, Tatsache. Ja gut, jetzt stirbt er. Das waren 8000 Erfahrungspunkte für ein Level. Äh, für ein Objekt. So hätte ich gerne jeden Gegner. Das sieht aus wie so eine Whale-Gun, ne? Leichten Loot hier auf dem Parkplatz, würde ich sagen. Ja, sehe ich auch gerade. Alles, da der Bunker zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Mach schnell. Aber ich glaube, das wird alles trotzdem Kacke sein. Ich hab das hier Video und Geld. Ja, warte mal kurz, mach mal kurz Licht in meinem Go-Man.